Willkommen zurück zu Pikmin 2. Heute fühle ich mich gewappnet für ein Dungeon. Heute betreten wir irgendeinen Dungeon. Der nächstbeste, der uns über den Weg läuft, den werden wir durchrasen und bewerkstelligen bis die Schwarte kracht. Das können wir aber mal glauben. Und zwar hier im ersten Level, im Winterlevel. Genau so sieht es aus. Also den Waldlevel, quasi den Frühling, den haben wir ja schon. Was nehmen wir denn erstmal mit? Erstmal nur blaue, weil es gibt noch einen Teil, welches sich an der Oberfläche befindet. Vielleicht nicht alle mitnehmen? Okay, doch alle. Also 100 Stück meine ich damit. Es sind sogar zu viele jetzt. Ihr seid so fleißig, die tragen direkt wieder Sachen hin. Starke Sache. Aber, boah, wie viele Blätter. Da muss man was tun. Lernen, lesen und schreiben. Was macht denn ihr schon wieder hier? Also wenn die ganzen anderen Gegner auch noch wieder aufgetaucht sind. Dann, äh, gute Nacht, Marie. Nee. Wisst ihr was? Tragzinn. Tragzinn. Alles, was uns auf dem Weg, über den Weg läuft, Tragzinn macht, tut was für euer, nicht vorhandenes Geld. Feuer, Futter. Na ja, Futter auch nicht. Der ist aber auch mir wieder göttlich am Speisen. Mussten schon wieder fünf Pikmin hier leben lassen. Es tut mir leid, liebe Abonnenten. So, ach, da waren es nur noch 60. Na, da muss ich jetzt pflücken. Egal. Oh mein Gott, der muss so eine Arme bewegen. Der muss körperliche Betätigung betreiben. Oh. So. Einen Schatz gab es noch. Aber trotzdem, wir gehen in den Dungeon. Ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Guck mal, die Fatzke sind alle wieder da. Warum? Wunder mit dir. Genau, schmeißen wir zurück. Okay. Ist ja nicht schlimm, wenn ihr ins Wasser fällt. So. Also, da ist schon wieder irgendjemand am Kämpfen da unten. Hey, gesagt, vielleicht gegen so eine blöde Kaulquappe. Ey, die ist gar nicht so übel. Elfen noch mal einer. Gut. Könnt ihr die so transportieren? Ich habe ja bald alle Pikmin verloren, habe jetzt. Weil die irgendwas transportieren. Ja, es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun, Freunde. Dann macht den auch platt. So ist es. Ich glaube, Louis steht noch am Anfang. Das wäre natürlich optimal, eigentlich. Und da haben wir nur sechs. Toll. Manche hätten gerne, aber ich, in dieser Situation, finde ich es ein bisschen zu wenig. Ja, siehst du, Feuer macht nichts aus. Gut drangeworfen, würde ich sagen. Ah, komm. Ging ein bisschen Wärme. Wirst du auch nichts einzuwenden haben, oder? Mach den Russelanti jetzt fertig. Ups. Hat wirklich so einen ganz komischen Namen. Ich weiß gar nicht mehr. Minimalistische Angriffe hier. Oh, jetzt weckt doch nicht den anderen Gegner. Also hier ist schon wieder einiges los. Warum ich das Ganze hier nur mit blauem Pikmin angehe, ich weiß es nicht. Können wir den transportieren? Wieso gar nichts drauf? Nichts drauf, außer Zambula. Louis. Heile herbei, bitte. Guck mal, die ersten Knospen sind am Start. Das gibt mir doch schon mal zu denken. So. Ja, komm da. Ach nee, Quatsch. Ich wollte auf die Blume werfen. Zack. Tu was für deinen. Ja. Tu was! Ich wollte eigentlich nur in den Dungeon und vor den Schatz abrasen, aber wenn die ganzen Gegner so verlockend gucken, kann ich nicht widerstehen. Komm mal, Faulis. Faule Abonnenten. Die meisten sind ja fleißig, aber die meisten. Viele sind auch faul. Wie. Wie Pikmin. Okay, okay. Immer ein bisschen warten, bis die Fatzkes nachgekommen sind. Wenn wir die Nase gestrichen voll hätten, dann könnten wir... Warte. Warte. Los, ausweichen. Warte. Ram da. Nein. Nein. Ich hab dir noch in den Felsen... Ah, Mann. Heute bin ich ein bisschen übermütig, aber okay. Wir kriegen es ja wieder rein momentan. Ist ja alles rational hier. Du machst Wasser. Oh, wie niedlich. So hat das zu funktionieren. Wie wir das ganze Level aufräumen. Ist das nicht geil? So, keine Faulenser dulden. Da ist nur einer. Und hier. Immer weiter drauf. Keine Müdigkeit vortäuschen. Und... Das ist der Lohn. Ganz ohne Hohn. Ist kein Schwein am Telefon. So, hier müssen wir langen, glaube ich. Da waren wir noch nicht. Ey, locker bleiben. Oh, die sind ganz schön übel. Die können auch... Wow. Habt ihr gesehen? Ja, toll. Und da fehlt einer. Hulubo. Jetzt musst du wieder Nachschub holen. So sieht's aus und nicht anders. Aber guck mal, wie fleißig. Also was... Heute ist schon wieder was los, ne? Ups, da ist nichts. Hier ist der Weg. Schön auch, dass sie die Abkürzung nehmen. Man könnte meinen, manchmal haben sie doch ein bisschen was. Im Gehirn. Hier. So. Eine Pflückstunde mit Olimar. Okay, okay. Der kennt das Ganze schon. Der hat schon Muskelkader bald. Aber wir kriegen auch noch die Fähigkeit, Pokémon, ja. Pikmin einfach nur mit der Pfeife rauszurufen. Einfach nur drüber und schon sind sie draußen. Wie das möglich ist, keine Ahnung. Aber es funktioniert. Das geht. So. Dann kommt ihr mal her. Warum gehst du denn den Umweg? Warum tut ihr das? Ach, die kommen von da hinten. Ja, ja. Das ist das Areal, wo ich den jetzt den Schatz zu hoffen finde. Nämlich von dort. Schade, dass man da nicht hoch kann. Ich wäre gern einfach so dahin. Okay, ich nehme alles zurück. Sie haben den kürzesten Weg gewählt. Gewählt. Und... Guck mal, da ist noch was. Holla, hit die. Da sehe ich doch eine. Louis, die will. Mein Freund. Guck da hinten, da geht es wieder darunter. Also alles, alles in beste Ordnung. Ach, dich können wir mal tragen. Da haben wir noch so einen Bösen. Und sehe ich da oben auch noch wieder einen Gegner? Oh, ein Feuergegner. Was die Sache natürlich erschwert, weil wir haben ja... Wir können ja nur hier... Moment mal. Ernsthaft? Eine Idee hätte ich ja. Hallo. Müssen wir einen Opfer in eine Hand stecken? Nein, ich wollte dich nicht motivieren. Ich wollte... Genau. Ah, sie verbrennen trotzdem. Was, was, was? Wie soll ich denn mit rotem Pigment da hinkommen? Hä? Oder so. Ah, guten Morgen. Ihr seht's. Nein. Kommt her. Hier, hier bin ich. Das war ein Desaster. Hallo. Kämpf hier gegen mich. So, und jetzt kriegst du. Mit den motivierten Pigmen. Bleib bloß im Wasser. Ich wollte jetzt nämlich schon rote Pigmen holen und die... Über die Plattform werfen da, aber... Okay. Verdammt. Louis, bleib. Mach Platz. Mach Sitz. Ich hol noch Kollegen. Bring dir alles nix. Hätte ich nicht gedacht, dass das schon wieder so... So eine Dramatik wird hier. Hm. Ja, komm, nehmen rote mit. Was, was soll's. Ich will jetzt eh langsam Kurs auf den Dungeon nehmen. Die ziehen wir raus. Ganz, ganz, wie sich's gehört. Hm, hm, hm. Sind wir erst da oben irgendwas? Ja, nämlich so ein bisschen Nektar. Das, das genau hab ich gesucht. Dass die hier nicht mal so luschenhaft sind. Oh yeah, baby. Sieht doch schon um einiges besser aus. Rutschparty! So, und dann zurück zu Louis. Das wär unsere... Aufgabe der Minute. Aufgabe der Stunde. Ist halt schon ziemlich weit weg. Aber was soll's. Kann man nix machen. Während die da den Schatz transportieren, werde ich zusehen, welchen Dungeon wir als nächstes gleich betreten. Und, äh, was wir für Pigmen dafür benötigen. Ja. Möp, 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 möp. Ein schönes Spiel. Hat's was meditatives. Möp, möp, möp. So, alle schön über die Brücke, gell? Rechts vor links, auf Radfahrer achten, Vorfahrt, ja. Sehr gut. Möp, möp, möp. Louis. Möp, möp. So. Alle antanzen, bitte. Und zwar, damit meine ich alle, alle, alle. Wir wollen hier nämlich auch abtransportieren, bis die Schwarte kracht. Wir haben 100. So. Blue Wands. Der Schatz genießt höchste Priorität. Das ist eine Taschenuhr oder sowas. Dann das. Und da können wir auch noch... Ihr könnt noch helfen. Das ist kein Problem. Geniert euch nicht. Ist hier hinten ansonsten noch etwas? Nee. Hier ist nichts mehr. Mal fertig. Das sieht da jude aus. Ihr könnt nicht helfen. Wer will, keine mehr eure Hilfe, oder was? Wenn alles voll ist, dann ist dem so. Okay, da wird transportiert. Geil, oh, Mart. Welcher Dungeon? Wer will... Ich will jetzt noch an diesem Tag beginnen, den Dungeon. Das hatten wir ja schon mal. Einfach damit... Ja, da sind die ganzen Gegner kaputt. Cappuccito. Wollen wir ganz hinten hingehen oder hier? Nein, wir gehen erstmal hier rein. Weil das ganz hinten ist schon wieder eine Liga für sich. Außerdem packen wir das Zeit, euch nicht mehr da hinzukommen, glaube ich. Was ist hier gefragt? Kümmer. Gift. Elektro, aber kein Wasser. Okay. Gift, Elektro, aber kein Wasser. Boah, aber das ist noch schaffen. Ich habe da echt meine Zweifel, du. Verdammt. Ach, es ärgert halt. Ich wollte doch gar nicht den Tag hier verbringen. Gut, wir haben den letzten... Ich versuche das noch, da hinzukommen. Ich rüste mich jetzt aus mit dem Pigment, den ich brauche. Das ganze Gebiet ist ja von Gegnern leer geräumt. Also wir haben keinen Gegner mehr hier im ganzen Level. So, eine Nintendo-Uhr, da steht eine Nintendo drin. Temporaler Mechanismus. Ey, ich will so eine Nintendo-Uhr haben. Die hat Stil. So, ich muss noch warten, bis die anderen kommen. Dann glaube ich wirklich, dass es nicht mehr geht. Dann reicht die Zeit jetzt nicht mehr, weil wir auf die noch warten müssen. Ansonsten wäre ich nochmal losgelaufen. Schade, Schokolade. Sammle deine Pigment oder sie sind verloren. Ach ja. Es ist natürlich doof gelaufen irgendwie. Na los, Boys. Na ja. Da kann man nichts sagen. Da kann man nichts machen, Leute. Ihr habt ja gesehen, wie sich der Tag entwickelt hat. Und Fakt ist, am nächsten Tag werde ich hier im Gebiet einfach da zum Dungeon gehen. Ich weiß jetzt, welche Farben benötigt werden. Und da steuere ich knallhart drauf zu. Muss ich halt mal so sagen. Ganz knallhart. Und egal, ob da Gegner sind oder nicht. Das ist mir total Schnuppe. Ich gehe zum Dungeon. Ich halte mich an nichts auf. Und mache den dann. Da werden schon einige Opfer. Ich bin jetzt gespannt auf die Population. Der blauen Pigment vor allen Dingen. Aber die wird schon deutlich ins Plus gegangen sein. Weil die haben wir auch ganz schön was an die Zwiebel getragen. Zeig einfach mal her. Tagesbericht. Immerhin. Der temporale Mechanismus. Aber wenn wir jetzt die nächste Höhle betreten, da rollt der Rubel mal wieder. So. Ja. Fast 100 mehr. Was ist los? Also blaue Pigment haben wir jetzt eigentlich erstmal genug. Ja. Das ist mal ein... Erst wenn man am Boden ist, erkennt man seine Waren, Freunde. Ich sollte euch beide feuern. Und dafür diese netten Viecher einstellen. Oh Mann, er wird immer bekloppt. Was Geldnoten mit einem machen kann. Tja Leute. Dann gibt es den Dungeon halt wirklich im nächsten Part. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Nicht verpassen. Bis dann und ciao.